Ich lerne Deutsch. Nummer 12254 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Für eine gesunde Ernährung aller Menschen reicht das Angebot an preiswerten Nahrungsmitteln in vielen Ländern nicht aus. Für eine gesunde Ernährung aller Menschen reicht das Angebot an preiswerten Nahrungsmitteln in vielen Ländern nicht aus. Wenn ich mich genau auf diesen Punkt konzentriere, dann schaffe ich ein außergewöhnliches Ergebnis. Wenn ich mich genau auf diesen Punkt konzentriere, dann schaffe ich ein außergewöhnliches Ergebnis. Entdeckungen machen Freude Siehst du den bunten Schmetterling auf der Blume? Entdeckungen machen Freude Siehst du den bunten Schmetterling auf der Blume? Entdeckungen machen Freude Siehst du den bunten Schmetterling auf der Blume? Ich bin fähig, mich von Veränderungsängsten zu befreien und neue Möglichkeiten zu begrüßen. Diesmal geht unser Urlaub nach Amerika. Diesmal geht unser Urlaub nach Amerika. Ich forsche für die pharmazeutische Industrie und bin an der Entwicklung von Impfstoffen beteiligt. Ich forsche für die pharmazeutische Industrie und bin an der Entwicklung von Impfstoffen beteiligt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. 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 Vielen Dank.